Kleine Kunstkammer waren auch Miniaturobjekte, Miniaturgegenstände, wie Hausrat zum Beispiel, wie Möbel aus filigranem Silber, also in ganz kleinem Format. Und zu diesen Stücken gehört auch eine Kutsche, die sich seit dem frühen 18. Jahrhundert in der Schatzkammer der Esterhase auf Burg Forchtenstein nachweisen lässt. Die sogenannte Karos-Coupé war Teil dieser Miniaturobjekte in einer Kunstkammer. Und auf Burg Forchtenstein stellt dieses Objekt tatsächlich naturgetreu eine derartige Kutsche aus der Zeit, aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert dar. Bis ins kleinste Detail hat man hier dem Original alles nachempfunden, bis hin zum Pferdehaar, das auch bei den Miniaturpferden eingesetzt und verwendet worden ist. Auch das Innenleben der Kutsche ist nachempfunden worden mit kostbaren Stoffen, mit Samt zum Beispiel. Die Kutsche selber ist aus Silber gearbeitet oder aus Silberblech und auch mit sehr schönen Elementen dekoriert, mit Ranken, mit Formen, die also auch im Original zu finden waren.